Und heute Moinsen zum ersten von zwei Videos. Heute das erste, wie ihr es kennt, Klassiker, ich erzähle es trotzdem, ist natürlich Heidenheim, das 3-3, ein kurzer Rückblick darauf und danach VfB-News, ein Mischmasch mit dem, wie immer, dem Versuch von Chronologie oder irgendeine Form von Sortierung, sag ich mal. Und danach im zweiten Video kommt dann der Vorbericht zum BVB plus eben auch Stream-Highlights, Clips quasi raus, ein kleines Stream-Highlight von dem Stream am Donnerstagabend, wo ich bei Toxi war, bei den Pölers, kennt ihr ja auch, auch schon oft gesprochen, letzten Jahre, letzten Saisons, mit ihm immer Talks gemacht, mal in seinem Stream, mal als richtiges Video, deswegen da ein paar Clips raus aus dem Stream bei ihm. Das ist das nächste Video, jetzt fangen wir an mit Heidenheim, dem letzten Spiel vor dem BVB, das 3-3. Und auch da ist ja ganz klar, sehe ich auch nichts Neues so. Ich habe jetzt hier auch wieder vor mir offen wieder einige Tabs und dies, das. Aber ganz klar ist auch, ihr habt ja das Video schon bekommen, ihr habt schon quasi ein Spielfazit bekommen am Sonntagabend direkt schon, habe ich mal wieder aufgeteilt oder habe ich es mal aufgeteilt. Denkt, die nächsten Male können sie es auch anbieten. Jetzt kommt ja Frankfurt zum Beispiel nächste Woche, vielleicht mache ich es auch da wieder so, dass ich euch zuerst das Spielfazit bringe, was ja, ich sage mal, deutlich unaufwendiger ist. Deswegen kam es einfach auf früher, ist ja so simpel. Das Spielfazit, danach ausgekoppelt, dann alleine, was dann wie immer länger dauert, der Audio-Stadion-Vlog mit meinem Audios, mit euren Clips. Auch da wieder vielen Dank an die, die was geschickt haben. Auch hier wieder alle Tore drin gehabt, tatsächlich sogar die Gegentore drin gehabt. Also es klappt echt jedes Mal aufs Neue, bin jedes Mal aufs Neue fasziniert, dass halt auch meistens zumindest mal irgendein Tor dabei ist vom VfB. Sehr, sehr geil, aber wie gesagt, das Wichtigste, deswegen wird es hier kein riesen Fazit zum Spiel geben oder wie auch immer, weil es ist schon online, habt ihr im besten Fall schon gesehen. Sonst könnt ihr natürlich da gerne reingucken, natürlich gerne auch in den Audio-Stadion-Vlog, ist auch ganz klar. Und auch hier, ganz Kurzfassung, natürlich, du musst nicht gegen Heidenheim ein 2 zu 3 gedreht bekommen. Auf der anderen Seite nehme ich mir tatsächlich positiverweise, weil dieses Mal musst du positiv sein, kannst du fast nicht anders. Das ist auch eigentlich alles andere, verbietet sich, wie gesagt, habe ich auch im Fazit gesagt, da jetzt irgendwie groß ein auf Drama zu machen oder wie auch immer, verbietet sich für mich. Und was ich mir rausziehe, ist halt diese Wichtigkeit von diesem 3 zu 3, von diesem Punkt, von diesem Komm, wir kommen da nochmal zurück. 90 plus 8, auch da wieder geil rausgespielt und am Ende auch einfach geil, ja, vollendet von undarfen, überlegt und so Geschichten. Ich weiß, 90 plus 8, so ein 3 zu 3, hat auch wieder wieder gespiegelt, wo wir aktuell stehen, mit dem Verein, mit dem VfB, wie es da aktuell läuft. Und auch da muss man sagen, hat einer geschrieben hier auf Twitter, dieses letzte Tor hat mich endlich wieder was spüren lassen. Das ist natürlich auch, der meinten Tacken übertrieben, überspitzt formuliert. Aber es war schon so, es war einfach ein richtig, richtig geiles Gefühl. So ein Last-Min-Treffer ist immer geil so. In den letzten Wochen, das heißt, man jubelt jetzt mittlerweile weniger, würde ich auch nicht unbedingt sagen. Aber natürlich, du hast ja eine gewisse Erwartungshaltung mittlerweile, ist halt leider so. Und wenn halt Union dann irgendwie, ich sag mal, unspektakulär 2-0 schlägt oder wie auch immer, dann ist halt vielleicht weniger Jubel drin, als in einem 3-3 Last-Minute. Auch wenn das Spiel davor vielleicht ein bisschen nervig war, den Rückstand noch zu bekommen nach 2-0-Führung, wo eigentlich auch alles komfortabel aussah. Aber auch wenn das vielleicht ein bisschen nervig war, kann ich da schon durchaus mitgehen. Nach dem Motto, du hattest dich wieder was spüren lassen, weil es ja komplett abging, komplett Eskalation. Last-Minute geht immer komplett steil. Deswegen habe ich das mit reingenommen. Finde ich auch fair, da so ein bisschen drauf zu gucken. Dann haben wir natürlich generell, muss ich mal ansprechen, wieder das Gefühl von wegen, es war alles scheiße am Sonntag. Also das kann ich so einfach nicht mitgehen und das will ich so auch nicht mitgehen. Also da habe ich mir Notiz gemacht im Sinne von, ich muss darauf eingehen, dass das ja nicht so scheiße war am Sonntag. Du führst ja wirklich komfortabel 2-0. Da war auch die Erwartung da, das wuppen wir, das gewinnen wir hier gerade. Und dann kommt eben der Schlendrian rein, ein bisschen ins Schwanken und sowas. Diese drei Hütten müssen nicht sein. Gerade eben das zweite und das dritte innerhalb von ein paar Sekunden muss nicht sein. Auch durch eigene Fehler, noch defensiv einfach nicht gut verteidigt am Ende des Tages. Und eben einfach dich simpel, dir simpel drei Dinger einschenken lassen von Heidenheim. Muss einfach nicht sein. Aber wie gesagt, vor allem dieser Part drumherum, Statistiken, wo ich gleich noch darauf zu sprechen komme und die ganzen Geschichten. Das Spiel gewinnst du in neun von zehn Fällen. Es war einmalig in dieser Saison, dass wir es tatsächlich verkackt haben, dass wir tatsächlich ein 2-0 zu einer komfortable Führung noch abgegeben haben. Ist ja auch brutal selten bei uns, beziehungsweise einfach quasi ein Einzelfall. Von dem her war es mir teilweise ein bisschen zu sehr, ja, ich sag mal, Weltuntergangsstimmung, die einfach nicht nötig ist. Weil das Spiel ja eigentlich, wie gesagt, für mich zumindest, so breche ich es mir ganz simpel runter, das gewinnst du in neun von zehn Fällen. Ne, es ist ja einfach so und jetzt auch da im Thema Stimmung und ne, wie war die Stimmung, haben wir da Leute angesprochen, dass es vielleicht nicht so geil ist aktuell oder nicht so geil ist, wie es schon mal war. Ja, kommt halt auch durch diese Erwartungshaltung, kommt halt auch durch diesen Erfolg, ne, wie gesagt, es gibt halt einfach auch ein paar, ja, ein paar Folgen des Erfolgs, sag ich mal. Ähm, und das ist halt eine davon, ist natürlich kacke, aber das kannst du halt quasi nicht verhindern, ne. Thema Erfolgsfans, Thema Fans, die das erste Mal seit, was weiß ich, wie lange, äh, wieder ins Stadion gehen, weil sie merken, der VfB kann Fußball spielen. Weil es so geschickt ist, ist natürlich nervig, feiern wir alle nicht, aber das kannst du in der Form irgendwie nicht so richtig verhindern. Und deswegen, ich fand es auch gegen Heidenheim jetzt nicht schlimm oder so die Stimmung, rund ums 2-0 war es euphorisch. Der Anfang war, war recht, recht spannend mit der, mit der, ähm, ja, mit dem Protest quasi, ne, Vereinspolitik, dies, das. Der Anfang war recht spannend, das Ende war geil mit Ekstase, mit 90 plus 3, äh, 90 plus 8, also 3 zu 3, 90 plus 8 zu oben ist richtig. Ähm, deswegen, ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, äh, wie es vielleicht manche, äh, quasi betitelt haben, ähm, aber auch da, um in die Richtung mal reinzugehen, ähm, jetzt kommen ja Phasen, wo du eigentlich kein Spiel mehr haben dürftest, wo es in die Richtung geht, wenn wir ganz ehrlich sind, jetzt kommt diese Schlussphase der Saison, ist immer nochmal heftiger, heftiger drin, heftiger Spannung drin. Bei uns ist es eben halt Kampf um den Champions League statt Kampf um den Abstiegskampf oder Kampf um den Klassenerhalt, ähm, hat es Ende der Hinrunde schon, wie groß der Hype war von wegen, boah, jetzt kommen die Bretter aufeinander und da haben wir ja wirklich auch gut performt, äh, bei den Spielen, mit Ausnahme in München vielleicht, deswegen auch da, was kommt denn da jetzt noch, ne, wie gesagt, Frankfurt zu Hause, da Schallerts, das ist ein Samstagabendspiel, Frankfurt bringt geile Stimmung mit, da Schallerts, bin ich mir 100% sicher, danach gut in Bremen auswärts, bin jetzt nicht vor Ort, ne, aber Bremen natürlich auch, Traditionsverein ist auch, geil, wird auch, wird auch Spaß machen, danach spielst du in Leverkusen, da wird es auch scheppern, wie gesagt, bin ich auch nicht dabei, aber so vom Ding her wird es da auch, wird es da auch scheppern und eben auch die Erwartungshaltung ein bisschen geringer sein oder die Spannung mehr höher sein in solchen Spielen als eben jetzt gegen Köln oder gegen, was weiß ich was, gegen Union aktuell, so ist es ja ehrlicherweise, danach Bayern zu Hause, brauche ich nicht anzusprechen, da wird es eh komplett schallern, dann fährst du nach Augsburg auswärts, ich hoffe, ich komme da noch irgendwie hin, aktuell noch keine Karten bekommen, komme ich später nochmal drauf zu sprechen, ähm, aber, da wird es auch abgehen, die da vor Ort sind, dies, das, wird es abgehen in Augsburg, äh, die kannst du auch immer, ich sag mal, verhältnismäßig leicht einnehmen, in Sachen Stimmung, da recht einfach ein Heimspiel draus machen, letztes Jahr zum Beispiel ja auch bei dem 1 zu 1, da war ich ja noch vor Ort, ähm, und dann letzter Spieltag Gladbach, so, also Gladbach, letzter Spieltag, Heimspiel sowieso, es wird was zu feiern geben, was genau, ist halt die Frage, aber es wird was zu feiern geben, letzter Spieltag, Shepherds immer, von dem her, wer da vielleicht ein bisschen in Sorge verfällt, in Sachen, boah, wie ist die Stimmung, hm, wie sieht's aus, und wird irgendwie immer schwächer und Erfolgsfans lastiger und sowas, die nächsten Spiele, dieser Saison Endspurt, hat für mich eigentlich kein Spiel dabei, wo das wieder irgendwie, wo da irgendwas abfallen sollte, das sind ja wirklich absolute Knallerspiele, ähm, und dann kommen wir auch schon zu Statistiken, aus dem Spiel gegen Heidenheim, war erst das dritte Unentschieden, äh, in der Saison, ne, das dritte, äh, das 3 zu 3 jetzt hier, ähm, und auch das, wie gesagt, hab ich schon angesprochen, muss nach den Daten halt nicht sein, ne, du stehst bei 3,2 zu erwarteten Toren, Expected Goals, Top 5 Wert beim VfB in der bisherigen Saison, mach ich ja immer so den Vergleichswert, tragst eine Tabelle ein, dies, das, mittlerweile, jetzt bist du ja, was war es jetzt, Spieltag 26, glaube ich, ähm, ist, ne, da Top 5 zu sein aus 26, und durch Spielen ist auch schon, ist auch schon eine Aussagekraft, Heidenheim 1,19 Expected Goals erspielt, also eigentlich muss das Ding 3,1 gewinnen, ne, so ist es ja, hätte auch möglich sein können, ne, wenn das Ding da von Silas war, es ja, äh, nicht hier in Pfosten, sondern reingeht, wäre das Spiel vermutlich auch vorbei gewesen, ne, also einfach auch sehr viel unglücklich gelaufen und sowas wird uns auch nicht nochmal passieren, in dieser Saison, glaube ich, so ein 3 zu 3, oder besser gesagt, eben die Phase von 2,0 zu 2,3, das passiert uns wahrscheinlich nicht nochmal, gehe ich mal fest davon aus, auch bei Heidenheim viele erste Male, sag ich mal, erster Doppelpack vom Kleindienst, ne, fast der Dreierpack, aber eins war ja Nübel, einmal das erste Mal, glaube ich, dass sie ein Tor aus Flanke nach dem Spiel erzielt haben, und eben auch das erste Mal, dass sie mehr als zwei Tore geschossen haben, auswärts in einem Bundesligaspiel, gut, klar, ist ja auch erste Bundesligasaison, aber auch in der Saison dann das erste Mal, dass sie auswärts mehr als zwei Tore geschossen haben, viel zusammengekommen, sag ich mal, viel zusammengekommen, noch hier ganz klar, weil ich es jetzt ganz am Anfang schon vergessen hatte, war der Klassiker, auch hier, ich bringe die meisten Stats mit rein, die meisten Statistiken mit rein, aber wenn ihr alles hören wollt, den kompletten Einspieler, und auch sonst ist das ja sowieso eine Empfehlung von mir, Podcast statt reinhören, ist schon seit Donnerstagabend, Donnerstag Nachmittag, 16 Uhr online, wie ihr es wisst, und da natürlich wie immer mein kompletter Einspieler, hier nur, ich sag mal, ausgewählte Sachen rausgelassen, die ihr nur im Podcast hört, aber die meisten Sachen sind hier schon auch mit dabei, sechs Torschüsse waren es bei uns, bei Heidenheim ist es halt die Bundesliga genau drei Stück, alle Torschüsse, offiziellen Schüsse aufs Tor waren eben auch drin bei Heidenheim, tatsächlich, die Klassiker und Undaff sind jetzt das Top-Duo des VfB in einer Saison, historisch, haben es schon 38 Mal getroffen, damit Rekordüberboten von Klinsmann und Allgöwe aus der Saison 85, 86, die hatten noch 37 Mal getroffen, das heißt, jetzt schon Rekord gebrochen, Gerasi kann auch einen brechen, hatten jetzt bisher egalisiert, das ist nämlich die Führungen, der hat zum achten Mal zur 1-0-Führung getroffen, das hat bisher auch nur Gomez geschafft, 2006, 2007, auch wieder Meisterschaftssaison, das heißt, wenn er nochmal zur 1-0-Führung trifft, auch da neuer Rekord historisch in einer Saison, und auch da, um das aber mit reinzubringen, schon mal die Schärfe für ein paar Wochen gegen die Bayern, geht man nach den Toren pro 90 Minuten, ist Gerasi der beste Stürmer dieser Bundesliga, 1,3 Tore pro 90 Minuten, Kane liegt bei 1,17, auch mal das hier angebracht, 70% Ballbesitz hatten wir, das ist der höchste Ballbesitzwert bisher in unseren Ligaspielen, wir hatten noch so ein paar andere hohe mit 68, 69, aber das ist der höchste Wert, gleichermaßen dann eben auch der niedrigste Wert vom VfB-Gegner, das ist auch ganz gleich 30%, 759 Pässe gespielt, auch Top 5 wert, diese Saison bei uns, Heidenheim mit 255, die drittwenigsten Pässe gespielt aller VfB-Gegner bisher, 90% Passquote war der zweithöchste Wert, also geteilt zweithöchste Wert von uns bisher in allen Ligaspielen, Heidenheim 72%, nicht wirklich besonders der Wert, 5 zu 9 begangenen Fouls habe ich noch mit dabei, weil das tatsächlich der tiefste Wert beim VfB ist, wir haben nie weniger als diese 5 Mal gegen Heidenheim jetzt eben gefoult in einem Spiel, das heißt, hätte nicht sein müssen, dieses Unentschieden, wurde am Ende sogar noch gerettet, ist ja auch einfach so ein Ding, hätte nicht sein müssen, gleichermaßen bist du aber trotzdem ein bisschen happy drüber, weil du halt nicht verloren hast, jetzt auch trotzdem seit neun Spielen ungeschlagen, neun Stück ungeschlagen, sieben davon gewonnen, auch das die längste Serie der Stuttgarter seit fast zwölf Jahren und auch das finde ich sehr, sehr krass, mal drauf geschaut, dass mich auch selber mal interessiert hat, wie es da genau war, wir waren nach dem zweiten Spieltag, nach dieser Klatsche gegen Leipzig, in Leipzig, waren wir mal Neunter, die kompletten anderen, heißt, wenn ich jetzt meine Mathe jetzt gerade nicht verliert, die letzten 25, 26 Spieltage waren wir immer schlechtestenfalls Vierter, ne, sehr lange Dritter, auch gerade ja sehr lange Dritter, schlechtestenfalls Vierter, mit Ausnahme auf einen einzigen Spieltag, den zweiten, wo wir mal Neunter waren, das heißt, unser Worst Case in der Saison bisher ist Platz 4, heißt, es ist ein Champions League Platz, das ist schon absolut brutal und weil ich es diesmal auch nicht in den VfB News oder sowas in der Form mit drin haben werde, schlicht, weil ich einfach keine Lust habe, so bin ich ganz ehrlich, ist das Thema Vereinspolitik, da habe ich mal ein ganz langes Ding hier, glaube ich, fast eine Stunde lang gebracht, wo meiner Meinung nach zumindest wirklich alles runtergebrochen wurde, einsortiert wurde, dies, das, ich sammle das weiter für mich, ne, wisst ihr ja, ich sammle jeden Scheiß in meine Dokumente und alles und werde es bestimmt auch irgendwann wieder einsortieren, ne, wieder irgendwo einen VfB-Kurs ansprechen, aber ich finde, da ist es immer nochmal schwierig, weil man es alles halt ein bisschen einsortieren muss, runterbrechen muss und so, es ist halt nicht so ein Thema von hier was zu undarf, drei Tabs und darüber quatsche ich, sondern es ist halt viel, viel mehr und viel, viel größer, deswegen ist, glaube ich, auch nichts großartig Dramatisches passiert, so, wenn ich jetzt mal rein aus dem Kopf denke, also das Werle und das Kasper-Interview, was recht heftig war oder zumindest, ich sag mal, ein Schuss zurück war Richtung Vogt mit seinem Kicker-Interview und sowas, auch das wird witzig, ne, doch noch eine kurze Einordnung, aber das, gerade die beiden, ne, vorstandmäßig haben ja gesagt, ey, macht eine Arbeitsgruppe, wir wollen Ruhe haben und dann irgendwie drei, vier Tage später sagen die, ey, der Vogt hat uns komplett geschadet, was soll der Scheiß, also Ruhe reinbringen ist auch was anderes, aber es ist auch fair, dass sie darauf reagieren, ne, so ist nicht, ich glaube, es war ein STN-Interview, also könnt ihr euch sowieso ja alles auch selber durchlesen, wer es so mitbekommt und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ist, glaube ich, erst mal auch besser so, ist auch ein bisschen ruhiger geworden, ne, jetzt gefühlt auch mal halt keine Statements und sowas, ne, alle zwei Tage, also ein bisschen Ruhe reingekehrt, weil diese Arbeitsgruppe soll ja jetzt auch die Arbeit aufgenommen haben, ist ja schon mal in Ordnung und deswegen fast auch besser so, wie gesagt, sollen sie halt mal zwei, drei Wochen wirklich nichts kommunizieren, sondern einfach sich ja ihrem Kindergarten bewusst werden, ihre Arbeitsgruppe machen, da was hervorbringen und dann halt nach zwei, drei Wochen von mir aus jetzt mal beispielsweise gesagt, dann können sie gerne, äh, aufklären, was sie genau gesagt haben, vollumfänglich aufklären, von mir aus auch eine längere Mail schreiben, Statement, wie auch immer, aufklären, was besprochen wurde, was jetzt, was jetzt Sache ist, äh, hilft, glaube ich, auch mehr als ein Statement alle zwei Tage von jeder Ecke von allen drei, vier Ecken, von dem er, ähm, so wie zum Thema Vereinspolitik, was er mit reinnehmen wollte, weil ich es auch ganz witzig fand oder teilweise kreativ fand, neben den Fangesängen auch, ähm, sind zumindest mal die Proteste, die Protestbanner, äh, haben wir auch so ein bisschen Vereinspolitik mit drin, ähm, gab es natürlich einige, ähm, zum Beispiel, ne, logischerweise das erste schon, die einzige Stellungnahme, die uns interessiert, lautet Rücktritt des Präsidiums, ähm, also hier geht es einfach mal die ganzen, ganzen Geschichten hier durch, weil ich meine, ich glaube, viele von euch werden auch nicht alle vielleicht gesehen haben, ähm, waren ja sehr, sehr viele, wenn du in der Kurve stehst, siehst du es eh nicht, siehst du es nur von hinten, kannst du entziffern, was da abging, äh, schwarzer Rauf war natürlich auch dabei, da hat man noch eine Geschichte, die Kehrwoche im Präsidium ist längst überfällig, der Dreck muss weg, also auch auf eine witzige Art und Weise fand ich, ähm, auch hier, kleines Wortschritt mit der Tanja Gönner, unserem neuen Aufsichtsrat-Vorsitzenden, ähm, den Aufsichtsratsvorsitz gegönnt bei Kritik Wasserwerfer, Fragezeichen, auch das ist wahrscheinlich so eine generelle, ähm, Kritik, äh, ja, oder generelle wahrscheinlich Geschichte für Fans, von Fans, ne, Thema Wasserwerfer, Thema Polizeipräsenz und dies, das Thema, freie Meinungsäußerung im Stadion und so Geschichten, haben wahrscheinlich auch viele Unterkopierungen, äh, ja, ihre Thematiken, sag ich mal, und auch hier interessant, ne, Aufsichtsrat-Doppelpunkt, das fand ich wirklich auch sehr kreativ und sehr witzig, Aufsichtsrat-Doppelpunkt mit dem Code Mitgliederverarsche, spart ihr 5,49% auf euren neuen Porsche, weil es sind ja genau die Prozente, die Porsche aktuell hält, 5,49%, also wirklich kreativ, ne, fand ich wirklich gut, auch das nächste, das ist ja, glaube ich, so ein bisschen vor allem die Runde gemacht, habe ich zumindest einmal auf Twitter gesehen, auch, ähm, Skandal-Investor in Stuttgart, Winamax, möchte nicht mit Porsche in Verbindung gebracht werden, Art, wie man mit Partnern umgeht, passt nicht zu unseren Compliance-Richtlinien, war ja auch, glaube ich, so eine Thematik, die aufkam in Richtung, ja, in Richtung Vogt und so Geschichten, ich glaube, das kam von Porsche aus, aus der Sparte, ähm, von wegen, ja, so, so, handhaben wir es eigentlich nicht und so, gefällt uns nicht und so Geschichten, und witzig ist, so ist es jetzt so gedreht, weil Winamax ist ja auch, sag mal in Anführungszeichen, ein Skandal-Investor oder wie auch immer, mochten ja auch viele nicht oder mögen viele nicht, wegen Glücksspiel und Tippen und Wettspiel und sowas, ne, ist ja auch ganz klar, ähm, dann quasi das so rumzubiegen, von wegen Winamax möchte nicht mit Porsche in Verbindung gebracht werden, auch ein sehr witziger Dreh, eben genau das Zitat zu nehmen, sehr, 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 ähm, ja, kreative Nummer, ähm, dann natürlich so simple Dinge, verraten und verkauft, rückt, rückt sofort, was ja auch Fangesänge waren, ähm, das ist auch wieder so eine Geschichte, oder auch so ein Plakat, was genau in die Richtung geht, so ein Banner, Vogt, Adrian Riedmüller, nach all der Scheiße geht es für euch auf die Reise, raus aus dem Präsidium, auch wirklich, ich finde das gut, weil es ist halt nicht so irgendwie, äh, ihr dummen Wichser, alle raus, das ist wirklich auch kreativ, finde ich wirklich sehr, sehr in Ordnung so, ähm, hier Präsidium VfB, in allen Themen zweigeteilt, doch was euch eint, ist eure Unzulänglichkeit, ihr habt die Mitglieder hintergangen und verraten, übernehmt Verantwortung für eure Taten, auch, ne, schön gereint, aber das auch mal ein bisschen von der, von der härteren Schiene, äh, Schluss mit Vetternwirtschaft, Lobbyismus und Intrigen, unabhängige und transparente Vereinsführung jetzt, ich glaube, da kann man, egal auf welcher Seite man steht, ich glaube, für sowas kann man generell einstehen, dass sowas nicht, nicht sein muss, äh, unter dem schwarzen Rauch war ja sowieso auch das ganz große Ding, was ja deren Statement gefolgt hat, äh, Aufsichtsrat, Investoren, Präsidium, es reicht, äh, das war ja das Statement, was auch mittlerweile, auch das kann ich nochmal mit reinnehmen, ähm, ich glaube wirklich fast 250, oder auf jeden Fall zwischen 200 und 250, Fangruppierungen vom VfB unterschrieben haben, was krass ist, weil wir glaube, es müsste ja fast die Hälfte sein von denen, die wir insgesamt haben, also es ist schon, schon ein Statement, äh, wie viele das Statement, ne, ne, so rum, äh, unterschrieben haben, oder eben quasi hinter dem stehen, äh, schriftlich, ähm, wir sind der VfB, auch so ein kleines Banner, auch das sehr wichtig, ne, VfB, das sind wir, die Fangesänge, äh, auch Vogt hat sogar sein eigenes Banner bekommen, ne, Rücktritt sofort mit seinem Bild drauf, ist ja klar, ne, Präsident, Kopf, äh, der Fisch stinkt vom Kopf, so rum, deswegen natürlich auch er angegangen, auch da nochmal Thematik, ne, der Ultra-Präsident, also ich glaube, die Seiten dürften auch vorbei sein, ähm, diese, ich sag mal, die Unterstellung von wegen, er hat die Ultras hinter sich und sowas, äh, Vogt, Adrian und Sebastian Müller raus, auch das sehr, sehr witzig, auch nochmal kurz recherchiert und geschaut gehabt, Sebastian Müller, wenn die da meinen, äh, ist der, der es rausgebracht hatte damals, schon länger her, äh, quasi, ja, das Wirken von Klaus Vogt mäßig, äh, hier so, so ein WordPress, äh, Leak, so eine Webseite, ich glaube, immer, die es auch immer noch geben dürfte, glaube ich, ähm, der komplett gegen ihn geschossen hat, auch, war wirklich sehr, sehr viele Seiten, äh, und hier, ne, Vogt, Adrian und Sebastian Müller raus, ne, also alle, die halt irgendwie Unruhe stiften, raus, ähm, und hier auch ganz, äh, noch zum Schluss das letzte, Porsche und Mercedes Demokratieverständnis in China gelernt, auch das nochmal natürlich ein, ein harter, ein harter Shot, äh, in die Richtung, ähm, ähm, aber damit werden alle Banner abgehakt, und ich beende quasi den, den Heidenheim-Part mit einem, in Anführungszeichen, um den Übergang zu nutzen, wörtlich, äh, in Anführungszeichen, meinem eigenen kleinen Shot, meinen eigenen kleinen Schüsse, nämlich einer Erfolgsfanswarnung, ne, einem kleinen, ja, einer Triggerwarnung, oder eine, was weiß ich was Warnung, einer Erfolgsfanswarnung, weil das ist wie immer, finde ich sehr wichtig, das ist genau ein Jahr her, schreibt hier einer auf Twitter, hat nochmal einen Screenshot rausgesucht, nur als Info zum Klarkommen für einige Leute, finde ich auch genau den richtigen Ton, sag ich mal, ähm, weil vor einer Saison, nach 26 Spieltagen, stand der VfB Stuttgart, auf Platz 18, letzter Platz, 20 Punkte aus 26, davor die Schalker 21, Hertha 22, Hoffenheim 25, minus 16 Tore, 29 Tore erzielt, 45 kassiert, wie gesagt, 20 Punkte, statt den jetzt, müssen es ja 57 sein, mit dem richtigem Kopf ab, also auch da nochmal, um ein bisschen, ein bisschen, äh, klar zu kommen, und auch nochmal einen Tweet, nochmal einen rausgesucht hat, mit diesen, mit so schönen paar Klatschen, die eben genau das, in die Richtung gehen, von wegen nach all der Scheiße und sowas, und wer das alles miterlebt hat, reilt das vielleicht ein bisschen eher, oder kommt da vielleicht ein bisschen eher drauf, klar, als jemand, der NVFB, der NVFB jetzt wieder vor vier Wochen, äh, äh, wieder, wieder für sich entdeckt hat, sag ich mal, ganz böse gesagt, wie gesagt, ein bisschen Schotts, ähm, mit dem 6-2 in Bremen, mit dem 6-0 in Augsburg, mit den Niederlagen der zweiten Liga, gegen KSC und so Geschichten, Relegationsabstieg mit zwei Unentschieden, ne, also da auch einfach ein bisschen, bisschen Ruhe da, ein bisschen Ruhe da, ähm, wir spielen gerade die beste Saison der Vereinsgeschichte, auch, ich glaube, das Ausmaß davon wird man erst, mit ein bisschen Abstand vollkommen realisieren, dieses, dieses Ding von wegen, ne, in vier, fünf Jahren drauf gucken und sagen, ey, wisst ihr noch, wisst ihr noch 23, 24, ne, wisst ihr noch, äh, die beste Saison der Vereinsgeschichte, außer natürlich, wie wir übertoppen sind in den nächsten Jahren nochmal, ist natürlich auch, jetzt zumindest mal nicht, 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 ausgeschlossen, aber, wird wahrscheinlich sehr schwierig werden, von dem her, Kalmer, Tranquilo, alle mal ein bisschen runterkommen, du darfst auch mal 3-3 spielen gegen Heidenheim, von dem her, ne, nach all der Scheiße geht's immer noch auf die Reise. Damit kommen wir zum VfB-News-Teil, der zweite Teil in diesem Video, legen los, ich hab da wirklich so ein bisschen, also rein von mir aus quasi, ich sag mal, von unwichtig zu wichtig gereiht, so ein bisschen, ähm, Daniel Jungwirth ist das erste Thema, neuer U17-Trainer vom VfB, kommt von der U19, vom DFB, war davor Co-Trainer, und viel mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen, aber gehört zum Kosmos VfB. Leihspielertreffen, das ist natürlich schon mal schöner und interessanter, nämlich Mo Sanko hat doppelt getroffen, wenn ich es richtig im Kopf hab, genau, doppelt getroffen, ähm, wieder in der Ehredevise, das ist schon mal schön, und der Mann ist auch zurück dann von der Verletzung, ähm, zwei auch sehr hart, kommt dahin, trifft direkt und verletzt, ähm, hat wieder getroffen zum, äh, 2-3, also hier zum Zwischenzeit, ich weiß gar nicht, ob sie es so gewonnen haben, aber 80. legt es schon nahe, dass sie es so gewonnen haben, nämlich Milosevic hat getroffen bei St. Gallen, äh, kam rein, wurde eingewechselt für Shadrack Akkolo, auch wirklich Einwechslungen, die hart gehen, einfach Milosevic gegen Shadrack Akkolo, VfB pur, da, äh, ja, in St. Gallen, bei St. Gallen, und hat eben getroffen, direkt nach, bei seinem Comeback quasi, oder kurz nach seinem Comeback wieder, sehr, sehr schön zu sehen, dass das funktioniert, wahrscheinlich die, die Leihstation St. Gallen bisher wirklich funktioniert, bei St. Gallen muss man ehrlicherweise sagen, habe ich jetzt nicht so groß viel mitbekommen, dass er da noch viel öfter getroffen hätte, aber wenn, wenn er getroffen hat, dann weißt du, dass mindestens 2, 3 VfB-Fans auf Twitter das Ding mitbekommen haben und posten, deswegen auch immer sehr nett, diese, bisschen Leihspielerbeobachtung, ähm, Ding Chi ganz kurz mit reingenommen, weil das ja so, war, glaube ich, nie ein Gerücht bei uns, so, aber immer ein Gedanke von wegen, ey, wie wäre es, vielleicht noch als, sag mal, ja, potenzieller Siegersersatz oder sowas im Sommer, ähm, wie wäre es denn, 5-Millionen-Ausschicksklausel nur, vielleicht könnte man ja holen, nöp, der geht nach Freiburg, das Ding ist durch, auch schon alles offiziell, ähm, Nantes Talent ist das nächste, was ich aufgeschrieben habe, ähm, wurde hier berichtet, dass wir da interessiert sein sollen, auch Aston Villa, also auch nochmal ein großer Verein aus England, ne, auch aktuell, glaube ich, noch auf Champions League kurz, oder auf jeden Fall auch da oben, sag mal, auch Überraschungsmannschaft, wie wir fast da oben, äh, in der Tabelle in der Premier League, ähm, wohl auch andere League-A-Klubs, weil da kommt der Herr, Nantes, interessiert, ähm, und da kann ich auch nicht viel mehr erzählen, außer eben mal kurz auf sein Profil zu gucken, bei Transfermarkt, 5-Millionen-Marktwert, und das mit nur 18 Jahren, das ist auch schon ordentlich, und da merke ich auch, wie scheiße alt ich bin, Alter, was ist denn das? 2005er-Jahrgang, das ist ja komplett gestört, dachte ich mir, ich wäre noch verhältnismäßig jung mit 2000er-Jahrgang, 2005er-Jahrgang, und er hat 5-Millionen-Marktwert, und ist bei uns, äh, ja, ein Thema als Transfer, das ist, das, das, das wird nie so richtig in meinen Kopf gehen, ähm, Frankreich U18, wohl schon ein Spiel gemacht, wenn ich es richtig sehe, 1,90 groß, Innenverteidiger, ne, Innenverteidiger, positionsmäßig, wie gesagt, Franzose, erst seit Sommer wohl da, erst seit Sommer im Team, ähm, aber einfach das wohl auch einfach nur offiziell, weil er eben dann aus seiner Jugend hochkam, war bisher immer nur bei Nantes, Vertrag bis zu 28, dürfte den Kollegen wahrscheinlich ein bisschen teuer machen, ähm, weiß nicht, ob es da irgendeine Form von Ausschießklausel gibt, klingt mir jetzt erstmal nicht so, nach diesen leichten ersten Quellen, sag ich mal, muss man abwarten, ob das noch irgendwann eine deutsche Quelle übernimmt, dies, das, ne, der klassische Weg, ähm, und dann Frankreich U17, Frankreich U18, sieht da einen geilen Talent aus, auf jeden Fall, äh, wieder langer Vertrag, also könnte wirklich recht teuer werden, ähm, seit die Frage, Innenverteidiger, klar brauchst du auf, auf Dauer da was, aber ich meine, wenn du wirklich, sag mal, wieder fit hast, einen Anton, Zagadou, Ruho, Ito, ja, dann hast du ja schon vier Stück, das sieht hier auch wirklich nach reinem Innenverteidiger aus, ähm, deswegen, mal gucken, inwiefern du da wie viel Kohle in die Hand nehmen kannst, um noch einen fünften Innenverteidiger zu holen, ne, so eine Geschichte für den Sommer dann, äh, Woltemar, das ist der nächste, der dann, äh, ja, auch von Bremen geht, auch für viel zu wenig geht, nämlich er, nämlich für gar nichts, aber Dingschi für fünf ist ja auch schon, äh, ja, mehr als in Ordnung der Preis für so jemanden in dem Regal, da hat Bremen zweimal ein bisschen, bisschen Quatsch gebaut scheinbar, aber der kommt wohl zu uns, Nick Woltemade hat auch schon veröffentlicht und auch dann Bremen hinterher veröffentlicht, ähm, dass er den Verein verlassen wird, ist ja auch, ich glaube, dauerhaft bisher bei Bremen gewesen, der Mann, äh, also da wirklich auch verpasst, den Mann zu, zu halten, zu verlängern frühzeitig, kommt wohl zu uns, laut hier, ne, SCN, mein VfB und allen anderen auch, kommt er zu uns, der VfB hat noch nichts offiziell verkündet, aber dasselbe hat man ja auch schon bei Justin Diehl von Köln, dasselbe ist auch bei Janne Keitel der Fall, auch da heißt ja alle, wissen ja alle, ja, er verkündet die drei Stück, die drei ablösefreien Transfers, ähm, Nick Woltemade gehört dazu, jetzt wohl im Sommer, 1,98 groß der Mann, ähm, da haben wir wohl ziemlich gepusht, auch allen voran, wie es jetzt zumindest Blättenberg berichtet, äh, Fabian Wulgemuth ziemlich gepusht für ihn, ähm, deswegen, schauen wir mal drauf, auch da wieder aufs Profil, 2 Millionen Mark wert, 22 Jahre alt, wie gesagt 1,98 groß, ähm, auch Deutsche U21 gespielt, sechs Spiele schon, hat es auch erst vor kurzem getroffen, wenn es sich nicht im Kopf hat, äh, wie gesagt, Weltvertrag eben auch ausgelaufen, im Sommer hat es schon 23 Spiele gemacht, von 27, halt auch da nicht getroffen, kann man ihm vielleicht so ein bisschen anhängen, dass eben, ja, die Tore fehlen, ähm, und, ja, der Mann ist ein Talent, auf jeden Fall, 22, äh, auch wenn es, gut, manche sagen vielleicht, dass es auch schon, dass es sich das ein bisschen verschoben hat, ne, früher war das sicher noch auf jeden Fall richtig Talent, Talent, 22, jetzt muss ja gefühlt, ähm, mit 18 schon irgendwo Startelf spielen, ist mal ganz übertrieben gesagt, in den ganz, ganz hohen, äh, äh, Etagen, sag ich mal, äh, Regalen, Talentregalen, sag ich mal, ähm, auch interessant, was zu ihm noch rauskam, aus einem Podcast, aus dem Werder Podcast, ist, dass er aber auch ein bisschen VfB-Connection hat tatsächlich, ich glaube, über Familie war das, äh, dass er auch ein bisschen VfB-Connection hat, also ich glaube, äh, das hat vielleicht auch ein bisschen was geholfen, beziehungsweise kommt jetzt nicht als kompletter, nicht VfB-Fanier, ja, sagen wir es mal zumindest so, ohne es jetzt an die zu große Glocke, äh, zu hängen, ähm, und da muss man auch sagen, bei ihm hat mir auch, so hat es ja auch Reniko, äh, öfter mal besprochen, auch als ich am Dienstag war, äh, im Stream bei Felicio und Nico und auch, äh, Toxi von den Pöhlers war auch dabei, ähm, hat Nico auch gesagt, ey, sehr schade, finde er kacke, dass er wechselt, hätten gern behalten, Bremen ein bisschen Quatsch gebaut, er hält große Stücke auf ihm und nur weil er jetzt nicht trifft oder die Assists oder sowas fehlen, ist er trotzdem ein wertvoller Spieler, ist auch nicht, weil das ja auch so ein bisschen aufkam, auch bei mir sofort aufkam, ne, ne, bin ich auch voll mit rein, ist eben dieses Thema, im Sommer kommen doch Sanko, Castanaras, Milosevic und so weiter und so fort, Pfeiffer alle zurück, du hast doch genug Stürmer, das Thema ist bei ihm, er ist kein richtiger Stürmer oder sollte es nicht sein, äh, zumindest laut Nico und laut anderen auch, ähm, ist das eher so undaf-mäßig, ne, so undaf-Mio-mäßig hängende Spitze, Zehner, ne, so ZOM-mäßig hinter der Spitze, also wäre dann vielleicht eher auch da wieder, ne, potenziell ein Ersatz für, oder, ja, Ersatz für den Silas oder für was eben nach vorne, äh, rumrennt, ähm, eben auch Herausforderer für da vorne, ähm, eine Undaf-Position, wie gesagt, vielleicht, da kommen wir auch später noch darauf zu sprechen, vielleicht kann es den Undaf ja auch doch nicht halten, dann wäre es sicher kein 1-zu-1, äh, Ersatz, wie auch alle, würde ich mal ganz scharf davon ausgehen, wenn wir jetzt mal davon sprechen, dass wir aktuell Champions League spielen, oder aktuell auf Champions League Platz spielen, ähm, dann ist das bei allen, glaube ich, erstmal eine Herausforderrolle, Justin Diel ist sowieso, Talent, der ist ja sowieso wirklich auch Stürmer oder auch da vielleicht eher Flügelspieler, auch da stehen ja dann ein Führig, ein Silas, ein Leveling, ein was weiß ich nicht alles vor ihm, also, jetzt aktuell, die ist ja auch noch ein Thema, ob du den kaufst oder nicht, mit der Kauf, äh, Option, die wir da haben, da ist einiges vor, denen ist erstmal Herausfordererrolle, selber auch bei einem Kite, im Mittelfeld ist selber bei einem Voltemate vorne drin, aber, ey, alle Ablöse frei, alle Deutsch, alle Jung, alle Rolle des Herausforderers, alles, ne, Kader aufgeblasen, oder Kader nochmal erweitert, um das Positiv zu drehen, aufgeblasen, das klingt so negativ, ähm, für eben den Sommer, für auf jeden Fall, dreifach Belastung, ne, ob es jetzt Euroleague wird, Champions League wird, irgendwas davon wird es ja auf jeden Fall, äh, auch jetzt schon, glaube ich, rein rechnerisch, oder auf jeden Fall realistisch betrachtet, äh, das heißt, dann musst du den Kader schon auch ein bisschen, ähm, erweitern, äh, natürlich nicht unter dich aufblasen, um das nochmal aufzunehmen, das Wort, aber eben qualitativ erweitern, ne, auch in der Breite erweitern, auch gerade was von der Bank kommt, und so Geschichten, was kommt, wenn dann eben jetzt mal zum Beispiel da hinten einiges ausfällt, und sowas, ne, ähm, und hier Nick Woltemate, kannst du auch nicht viel falsch machen, wie gesagt, ablösefrei, kannst du eh nicht viel falsch machen, bestimmt kriegen die alle so ein bisschen Handgeld, aber, ne, ist alles sehr, sehr angenehm, klingt nach einem guten Profil, klingt auch weiterhin nach dem, was wir auch im Sommer schon geschaut haben, ne, wenn ein Nübel kam, äh, ein Stiller kam und so Geschichten, so ein bisschen, äh, das, das Deutsche da so ein bisschen reinzubringen, sag ich mal, ablösefrei, jung, Herausforderer, Kader, Kaderbreite, warum nicht Nick Woltemate, also herzlich willkommen im VfB ab dem Sommer, dann kommen wir zu Ange, zu Angeo Stiller, da gab es auch so ein ganz leichtes, erstes, kurzes Gerücht, wie gesagt, auch das halt wieder irgendwo hier, das war hier Ekrem Konur, der ein paar, ähm, äh, kloppt auch auf, äh, aber es eben ist, ich sag mal, von dem, wie wir es einschätzen würden, halt kein Kicker, das ist kein, von mir ist auch keine Bild im Fußball, das ist keine Sky, das ist kein, keine örtliche Presse, SDN, SDZ, die ist das, deswegen auch da immer mit Vorsicht zu genießen, aber, äh, scheinbar, ähm, ist Stiller durchaus beliebt, ich meine, nach der Saison, die er spielt, war das auch nichts Überraschendes, ähm, und hier werden Arsenal und Liverpool gelistet für den Sommer, aber wie gesagt, auch da musst du drauf warten, ähm, inwieweit da sie irgendwas bestätigt, irgendwas genauer wird, auch der ist ja erst seit einem Jahr da, also ich sehe jetzt keine Gefahr, dass ein Stiller im Sommer verletzt, verletzt überhaupt nicht, ähm, und von dem her kann man auch hier nochmal an der Stelle nochmal absolut hervorheben, was der für eine brachial gute Saison spielt, ich weiß auch wie der kam als Endersatz, und direkt im ersten Spiel gegen Freiburg war es dann von Beginn an eine absolute Masterclass gespielt hat, also absolut geiler Transfer, ne, wie gesagt, Hoeneß kennt ihn ja gefühlt schon seit Geburt, jetzt überbetrieben gesagt, also fußballerisch gesehen, Bayern 2, Hoffenheim, alles, deswegen das wirklich perfect Match bei uns, ähm, geiler Typ, 5,5 Millionen gekostet, auch da ist nochmal absoluter Schnapper, Toppreis, jetzt ist er auch schon gestiegen auf, was war denn das jetzt für den Marktwertenklub auf 18 Millionen hoch, irgendwo in dem Bereich, ist er auch brutal, ist auch noch saujung der Mann, richtig, richtig starker Transfer, sympathischer Typ, und eben jetzt auch, äh, getroffen gegen, ähm, gegen Heidenheim, was mich auch sehr gefreut hat, für ihn endlich mal getroffen auch, äh, äh, oft schon Assists und so Geschichten jetzt auch mal getroffen, hat er sich auch selber sichtlich gefreut, auch vor kurzem als Geburtstag gefeiert, ähm, der 23. müsste es jetzt sein bei Stiller, ähm, äh, Torschütze des VfB in der Bundesliga-Geschichte, ähm, auch das, nochmal eine ordentliche Zahl, das nächste ist Mio, ähm, da auch nur ein ganz kleines Gerücht, ich glaube die Quelle war, ist das sogar dasselbe gewesen, ähm, der, der Ekrem Konur, äh, ja genau, das ist genau das Gleiche, genau die gleiche Quelle, ähm, dass er wohl Bayern und BVB ihn, äh, auf dem Schirm haben, aber, ja, viel mehr auch nicht, Mio sehe ich auch nicht, äh, Ausschichtsklausel soll er wohl haben, in diesem Bereich von 25 bis 30 Millionen, wie eben die meisten, da war ja zumindest ganz am Anfang der Stand, ich weiß nicht, wie es da aktuell berichtet ist, aber ganz am Anfang der Stand, dass seine Ausschichtsklausel erst ab Winter zählt, also im Sommer noch nicht, das heißt, er würde sich im Sommer frei verhandeln bei ihm, und dann würde ich sagen, hui, viel Spaß Jungs, weil wenn du bei einem Mio frei verhandelst, dann kann der VfB ja jeden Hörer abnehmen und sagen, ach ja, ähm, 50, äh, vielleicht auch 60 Millionen habt ihr die, deswegen ohne Ausschichtsklausel sehe ich es nicht, dass er wechselt, ähm, und die, wenn sie wirklich erst im Winter, ab dem Winter gültig ist, wäre es auch schon mal ein Vorteil für uns, aber auch bei Mio, glaube ich nicht, dass der uns in Sommer, äh, schon verlässt oder verlassen will, auch noch sehr jung Mio, ne, Führig ist der Nächste, wo es dann tatsächlich vielleicht sogar mehr in die Richtung geht, von wegen, der möchte uns vielleicht sogar verlassen, hat ja auch am Dienstag im Stream sogar mit der Toxi erzählt gehabt, ähm, ähm, dass er aus seinen Quellen so ein bisschen, ähm, der ist ja auch größer und vernetzter und wie auch immer, äh, deswegen kann man dem auch, glaube ich, äh, Glauben schenken, dass Führig und Bayern vielleicht sogar echt ein bisschen ernster ist, als es aktuell berichtet wird, ähm, wird manche berichten, Sky zum Beispiel berichtet halt, dass es jetzt nicht so krass, äh, 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 eng wäre da oder schon weit wäre oder irgendwas in der Form, die Bild berichtet, in ihren Podcasten sowas, wie Christian Falk zum Beispiel, dass Führig den Schritt nach München wagen würde, sollte Bayern tatsächlich in die Vollen gehen und das eben machen wollen, ne, diese Ausschießklausel da von 20 bis 25 Millionen, viele schreiben von 23,5 Millionen, ich glaube der Kicker hat auch ihn genannt unter denen, die eben jetzt in den Verlängerungen alle 25 bis 30 drin stehen, haben aber so irgendwo, irgendwo in dem Bereich, irgendwo roundabout 25 werden es wohl sein bei Führig auch, ähm, und da sei es wohl nicht ganz abgeneigt, ähm, direkte Gespräche gäbe es wohl noch nicht, aber eben, ne, Gespräche mit Management und so Geschichten werden hier berichtet aus dem Podcast, ähm, und der wird sich das vielleicht sogar vorstellen können, zu den Bayern zu wechseln, was ich persönlich sehr schade fände, ähm, und auch hier Bild nochmal berichtet, dass er auch ganz klar wohl bei Dortmund auf der Liste steht im Sommer, das dürfte er auch nicht überraschen, war da eine Jugend, weil so der absolut klassische Dortmund-Transfer, so Verschnitt von Julian Brandt von Leverkusen nach Dortmund und so Geschichten, das war der absolute Klassiker, so ein Dortmund-Transfer mit Chris Führig, äh, bei ihm auch schon mal angesprochen, bei ihm fände ich es fast noch ein bisschen am schadesten, sag ich mal, ähm, weil wir den wirklich ein bisschen aufgebaut haben, nur seit 2021 im Verein, wenn ich es richtig im Kopf habe, als Gonzalez-Ersatz, wirklich zweieinhalb Jahre lang Ansätze gezeigt, du weißt, der kann kicken, aber es fehlt das Endprodukt, jetzt kommt dann endlich das Endprodukt, Nationalspiel und so weiter und so fort, und dann sofort zu gehen im Sommer, fände ich ein bisschen schade, auch hier habe ich ja ganz generell schon gesagt, bevor wir jetzt dann gleich auch schon zu Nübel und sowas kommen, ähm, wie gesagt, ist halt fußballromantisch, habe ich auch am Dienstag gesagt im Stream bei den Jungs, bei den Kollegen, ähm, natürlich alles fußballromantik pur, aber Sousé ist halt auch ein bisschen so, die meisten sind auch sehr jung, den meisten, außer die spielen auf einmal nächste Saison, absolute Schrott-Saison, ähm, werden die Türen weiterhin offen stehen, von mir aus auch im Winter, wenn die Saison, wenn das Saisonbeginn kacke ist, und sie dann den Move schon machen wollen, ist der Winter möglich, die haben alle irgendwelche Ausstiegsklauseln, haben alle ihre Exit-Optionen immer wieder, in jedem Transferfenster, ähm, wenn du dann sagst, ey, VfB, aktuell Champions League, haben wir es hier hochgepusht, mit dem Team, mit dem Trainerteam, mit den Fans und so weiter, nach eben purem Abschiedskampf, spielst du die beste Saison der Vereinsgeschichte, und kannst dich mit Champions League Fußball belohnen, und dann sagst du, ja, war nett, cool ist es so, aber ich will doch woanders spielen, keine Ahnung, ist halt völlig naiv, und völlig Fußballromantik, so nehme ich auch so hin, ähm, dass es so bei mir ist im Kopf, aber keine Ahnung, ich sehe, wie gesagt, habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen, ich sehe keinen Grund, warum da irgendein Spieler aktiv nicht mehr beim VfB spielen wollen sollte, ab Sommer, wenn man weiß, ey, ich habe hier wirklich grandiose Chancen auf einen Champions League Startplatz, äh, Startelfplatz und sowas, deswegen, wie gesagt, ab 2025 ist ein anderes Thema, Winter 2024, je nach Saisonbeginn ist auch ein anderes Thema, aber ich, ich würde als Spieler, wenn ich beim VfB bin, wie gesagt, ist halt Fanbrille, ne, ist ja klar, aber ich würde als Spieler, wie ich beim VfB bin, nach so Abstiegs, äh, geplagten, oder Abstiegssorgen in den letzten Jahren, so ein Saisonspiel ist, ich würde absolut ernten wollen, was ich gesät habe, mit aktuell Platz 3, also, deswegen, mal gucken, mal gucken, wie die Jungs das so handhaben, Nübel ist das nächste Thema, ähm, auch da eigentlich wirklich wieder, also, was heißt wieder, weiterhin, äh, weiterhin gute News für uns, glaube ich, ähm, weil die Bayern wohl auch das wieder, glaube ich, Quelle-Bild-mäßig in die Richtung, ne, der Podcast von denen und sowas, ähm, die seien wohl gar nicht so abgeneigt davon, dass Nübel vielleicht sogar der, 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 der Kandidat ist, der neue ersetzt am Ende des Tages, muss man natürlich selber überlegen, muss die Bayern am Ende des Tages überlegen, ob der das neue Niveau hat, oder Bayern-München-Niveau hat, wie auch immer, ähm, aber sie hätten wohl wirklich auch, äh, die Idee, das zu machen, und dann eben zu sagen, jo, Nübel, zack, nochmal ein großer Vertrag bei den Bayern, und dann kannst du ihn eben wieder verlängern, äh, wieder nochmal verleihen suchen, weil du musst verlängern, damit du ihn verleihen kannst, aktuell, äh, den guten Nübel, und dann steht dir sogar dran, für mindestens ein Jahr, nach Stuttgart auszuleihen, ist natürlich auch für die Bayern geil, ne, spielt er bei uns im besten Fall, wie gesagt, aktuell sieht es so aus, äh, im besten Fall, äh, Champions-League-Fußball, kann auch da schon mal geprobt werden, drin, für die neue Nachfolge möglicherweise, also klingt schon nach einer ziemlichen Win-Win-Situation, weil, das wirkt wohl recht klar, kaufen kannst du nicht, das Gesamtpaket ist wohl einfach zu teuer, plus, also gerade im, im Zusammenhang mit den ganzen anderen, äh, Gesamtpaketen, die du ja aktuell noch hast, ne, wenn du so auf Nübel schaust, vielleicht hier und da eine Gehaltserhöhung, was weiß ich, um eine Gerasie zu halten, oder irgendwas in der Form, den Kader generell ja auch einfach beizubehalten, und eben so, zu ergänzen, zu verstärken, da wird Nübel wahrscheinlich auch der einen Spieler eben zu viel sein, den du dir einfach nicht mehr leisten kannst am Ende des Tages, möglicherweise, ähm, und auch hier, wie gesagt, die Bayern sind einfach glücklich, ähm, mit, mit Nübels Leistung, sind sehr happy, ähm, und bleibt dabei, Nübel ist ja auch sehr happy mit uns, ne, wir sind eine sehr, sehr gute Option, hat er gesagt, mehr, mehr, mehr kriegst du auch nicht rausgekitzelt zu so Transferentscheidungen, ist ja auch ganz klar, ähm, hat man auch vor kurzem erstes irgendwann Richtung April, oder jetzt dann Mai, irgendwann Richtung Saisonende eben, da ein bisschen mehr Klarheit herrschen soll, ist ja auch ganz logisch vom Zeitpunkt her, deswegen, klingt für mich alles gar nicht so schlecht, klingt gar nicht so schlecht, klingt sehr realistisch, dass Nübel nochmal ausgeliehen wird, vielleicht sogar für zwei Jahre, ähm, ich denke mal, wenn sie wirklich mit ihm planen, dann werden wir keine Kauffunktion bekommen, aber auch da, ist ja noch so ein Randeffekt nebenher, wo ich jetzt auch nicht das Auge perfekt drauf hab, ist ja klar, äh, aber zum Beispiel ein Dennis Simon, ne, Top-Talent, müsste ja glaube ich noch 18 sein aktuell, wenn der halt dann eben irgendwann hochkommt, und eben dann vielleicht irgendwann wirklich auch Ansprüche stellt auf, auf, äh, Spielzeiten, weil wenn das Test, das Top-Talent ist, wie es immer formuliert wird, dann kannst du ihn eben jetzt auch nicht, die nächsten acht Jahre ausleihen, doof gesagt, aber dann kannst du wirklich sagen, vielleicht im Sommer im Best Case, hast Nübel für eine Saison, vielleicht sogar für zwei, leisten währenddessen, je nach Abnehmer natürlich, einen Simon aus in Liga 2, haben wir glaube ich bei Fürth aktuell ein gutes Beispiel, wo er auch ein sehr, sehr junger Keeper, äh, eine sehr gute Rolle spielt auf jeden Fall, was man so beobachtet oder hört, ähm, vielleicht sowas in die Richtung, zu einem guten Zweitligisten, äh, ins Tor packen, auch da vielleicht für ein, zwei Jahre, dann kommt er vielleicht irgendwann zurück, und kann dann irgendwann eben mit, was weiß ich, 20, 21, 22 in die Richtung gehen, dass er bei uns vielleicht sogar zu einem Stammkeeper, äh, Wirt oder Nübelersatz Wirt, wie auch immer, also auch für die Planung mit dem Simon im Hintergrund, wäre eine weitere Laie von Nübel sehr angenehm, ähm, das nächste ist, äh, ja, einmal ein, jo, macht Sinn, und einmal ein, hm, fände ich komisch, weil auch das wieder Gerüchte, ich glaube auch das müsste wieder Quelle Bild sein, so sieht es aus, die Sportbild, ähm, haben berichtet, äh, dass wohl, äh, Dahoud und Stärtschuh, beide keine Zukunft haben beim VfB, und bei Dahoud, gut, das wundert mich jetzt nicht unbedingt, weil er spielt nicht so häufig, ähm, er wäre mir jetzt nie krass beschissen aufgefallen, aber auch noch keine Welt, Weltleistung gebracht, so durf gesagt, auch er wirklich der Einzige, wo der Marktwert gesunken ist, ne, äh, das gab es sogar auf 8 runter, also mittlerweile sogar schon über Marktwert, weil die Kaufwurzung liegt wohl bei, äh, bei 10 Millionen Euro, Marktwert war, äh, noch bei 14 Millionen, als er zu uns kam, per Laie, ähm, und deswegen, ich glaube kaum, dass du die ziehst im Sommer, ähm, glaub auch kaum, dass du in neue Verhandlungen gehst, irgendwie von wegen, ja, halten würde man schon gern, aber 10 sind zu viel, würdet ihr auch 5 nehmen, Brighten, das glaube ich auch nicht, äh, plus eben auch, du hast einen Keitel schon, Ablöse freigeholt im Mittelfeld, ähm, von dem her, das macht für mich Sinn, dass der Rote keine Zukunft hat, ähm, ohne irgendwas gegen ihn zu haben, so, ne, aber was mich ein bisschen wundert, ist Stärju, weil klar ist ja schon, dass Ruho kommt, das ist ja schon verkündet, äh, durch die, durch den Klassenerhalt, den sicheren, kommt er ja schon für die 3 Millionen, was es glaube ich waren, und bei, ähm, Stärju sind es nur 2 Millionen, ne, laut Kicker sind es 2 Millionen Euro, äh, Kaufoption, ähm, und das, keine Ahnung, also, könnte man ziehen, es ist halt die Frage, was du halt planst, wir hatten, ist das Norn-Talent von vorhin, äh, vielleicht hast du noch andere auf der Liste, weil so defensiv brauchst du ja definitiv was, mal mindestens als Backup, mindestens als, ja, Herausforderer, Kaderspieler, gerade auf rechts, ne, ist halt ein Wagnoman, dann brauchst du ja trotzdem auch nochmal, wen anders neben Stenzel, du hast auch Linksverteidiger, ich sag mal neben Ito, der bei sonst ja auch immer, eh schon selber spielt, auch da keinen direkten Ersatz für den Mittelstädt, also du brauchst da schon was in der Breite, in der, in der Verteidigung, merkst du ja auch jetzt, wo mal, gut, es sind halt auch wirklich auch dann 3 Stück dir ausfallen, ne, ist auch ziemlich selten, klar, aber wo jetzt der Zagadouro ausfallen, Anton gelb gesperrt, da merkst du schon, dass du ein bisschen kreativ werden musst, ähm, aber deswegen, Statue ist mir jetzt auch, also ich fand den immer in Ordnung, als er gespielt hat, von Beginn an gespielt, gegen Freiburg zum Beispiel aus, das ist mir im Kopf geblieben, was er sehr ordentlich gemacht hat, wird jetzt wohl auch realistischerweise, oder könnte realistischerweise, dann auch gegen Dortmund spielen, von Beginn an, kann sich auch da nochmal zeigen, also es würde mich fast wundern, ähm, auch da, wie gesagt, auch das, vielleicht ein bisschen naiv, und, ne, aber soweit ist halt der Fußball, soweit sind wir vielleicht auch als Fußballfans im Denken, aber den für zwei Millionen, was willst du denn da falsch machen mit, also, da muss er ja für mich wirklich auch wirklich, irgendwie besonders schlecht sein, oder irgendwie besonders, ja, besonders nicht angetan sein, von Stardew, wenn sie sagen, yo, zwei Millionen, den brauchen wir nicht, den zahlen wir nicht, also, zwei Millionen, das kannst du ja definitiv machen, glaube ich, selbst wenn du den Zweifel irgendwann, halt weiterverkaufst, kriegst du wahrscheinlich jetzt schon mehr als zwei Millionen, von dem ja, das, die Meldung wundert mich ein bisschen, ich würde Stardew wahrscheinlich schon halten, eben, in dem Wissen, oder so umgedreht, in dem Nichtwissen von mir, was der VfB natürlich da defensiv eigentlich plant, natürlich noch eine Frage, äh, Stardew hatte schon, ist Leveling, so, ähm, der auch eine Kaufoption hat, für fünf Millionen, können wir den kaufen, und da ist eben die Frage, was wir machen, ob, ob sich der VfB diesen Transfer leisten will, ist hier, äh, der Text aus dem Artikel, ähm, deswegen, da muss man auch mal abwarten, wäre ich gerade auch noch ein bisschen zwiegespalten, ob ich mir den für fünf Millionen holen würde, oder eben für fünf Millionen, ne, Thema Dingchi, der ist ja bei mir jetzt schon weg ist, äh, für fünf Millionen einfach nochmal selber gucken würde, ob ich vielleicht noch was anderes, vielleicht sogar was besseres oder sowas kriegen würde, als ein Leveling, ähm, ich glaube, da würdest du wirklich bis Saisonende warten, ist da, glaube ich, echt das Cleverste bei ihm, und eben einfach die Zukunft abwarten, ähm, deswegen, das wundert mich ein bisschen bei, bei Stardew, bei der Hood wundert es mich, äh, nicht, also den würde ich auch aktuell nicht ziehen, zehn Millionen ist da viel zu viel Geld für, Undaf ist das Nächste, da, ja, stapeln sich ja die Meldungen, wie hoch ist die Ausschiedsklausel, wie hoch nun nicht, ähm, wir, die, die Bild bleibt weiter bei ihren rund 20 Millionen, bei Qualifikationen von der Champions League, ähm, was sie halt schreiben, ist halt, dass Undaf wirklich zum Topverdiener aufsteigen will, schreiben sie weiterhin, das, das mag auch sein, irgendwie, ne, wir dürfen auch da nicht naiv werden im Fußballbusiness, aber ich kann es mir rein nach seinen Aussagen, rein nach dem, wie er wirkt, nicht vorstellen, dass das für ihn zumindest mal auswirkt, ausschlaggebend ist, sagen wir es mal so, ne, und dann sagen sie natürlich zusammen, ne, 5 Millionen, äh, Gehalt pro Jahr, und dann, ne, Gesamtpaket 40 Millionen, je nachdem, wie lange du ihn eben unter Vertrag nimmst, das natürlich sehr teuer ist, ob sich der VfB ihn wirklich leisten kann und so, ist halt die Fragestellung schon seit Wochen bei Undaf, ähm, ist halt auch die Frage, ne, Thema Gerasie und sowas, bleibt ein Gerasie, geht da, weil wenn ein Gerasie geht, äh, für die 20 Millionen, die da glaube ich festgeschrieben sind, dann steht das für mich komplett, nicht außer Frage, dass du Undaf kaufen musst, so sage ich es mal ganz offensiv, ähm, um den halt mindestens mal in der Rückhand, in der Hinterhand zu haben, einen Undaf, ähm, dann auch wieder Thema Topverdiener, ne, ich glaube Gerasie wäre der Erste, der so ein bisschen, vielleicht Anspruch stellt, rein von dem, was er eben auch für die Mannschaft bietet und so Geschichten, ähm, oder was auch schon mal so berichtet wurde, in der, in der Hinsicht, äh, dass vielleicht auch ein Gerasie dann eben Richtung Topverdiener gehen wollen würde, wäre es natürlich einfacher, dann Undaf quasi zum Topverdiener zu machen oder eben ein bisschen mehr Gehalt zu geben, wie auch immer man es formulieren will, äh, wenn Gerasie eben als Gesamtpaket nicht mehr beim VfB ist, ne, auch das muss eben beobachten, auch das hängt so ein bisschen zusammen, ähm, auch hier wieder, wird Bericht von Fußball News, ähm, von 20 bis 22 Millionen, äh, die er kosten könnte, und auch Mitarbeiter Kicker, auch der im aktuellsten Artikel, auch die schreiben von 20 Millionen und die schreiben jetzt auch nicht in Form von, quasi wie andere berichten 20 Millionen, sondern, ähm, dass die wohl wirklich bis auf rund 20 Millionen Euro angewachsen ist, äh, schreibt auch der Kicker von sich selbst aus, das heißt, diese 18 bis 20 Millionen, je nach Qualifikation, je nach Champions League und so weiter und so fort, ähm, klingen nicht so abwegig, und das heißt, auch die einzigen, die es nicht so berichten, die immer noch bei 13 bis 15 Millionen sind, ist halt Sky, deswegen kann man wohl leider echt davon ausgehen, dass das doch schon eher diese 18 bis 20 sind, vielleicht sagt auch Sky gerade noch so ein bisschen einfach und sagt, jo, aktuell sind es 13 bis 15, und sobald wir uns für die Champions League qualifiziert haben, sagen sie so, jetzt sind es natürlich 18 bis 20, weil jetzt ist die Champions League Quali sicher, vielleicht machen sie es auch so ein bisschen einfacher, natürlich, ich hoffe weiter auf die 13 bis 15, wäre natürlich ein bisschen angenehmer für den Geldbeutel, äh, aber 18 bis 20 klingt dann doch schon recht realistisch, wenn es eben so viele berichten, und was gerade so vor allem ein bisschen der Aufhänger war, ist halt, äh, die Aussage vom Brighton-Trainer, und damit auch zusammenhängend ein großer Tweet von Fabrizio Romano, dass eben und darf nächste Saison zu Brighton, äh, zurückkehren wird, nach der Laie, ähm, das hat ein bisschen für Aufsehen erregt, ähm, ja, war einfach nur ein Zitat, eben auch so ein bisschen aus Planungs-, also quasi, glaube ich nach einer Frage wahrscheinlich, äh, in Sachen Planung für die nächste Saison, Unav kommt zurück, und wir hoffen, dass hier Mithoma noch zurückkommt, der für den Rest der Saison, äh, verletzt ausfällt bei Brighton scheinbar, also das war nur so ein bisschen so ein Nebensatz, und irgendwie, jetzt kann nix irgendwie, wo sie, keine Ahnung, irgendwelche Gerüchte einordnen wollten, oder wie auch immer, auch da ist natürlich alles auch in irgendeiner Form, Verhandlungstaktik dann von Brighton zu sagen, jo, nö, so, nö, nix, der kommt zurück im Sommer, ähm, dazu muss ich auch sagen, der Trainer, der darüber spricht, De Serbi kann auch sehr gut sein, dass der im Sommer schon gar nicht mehr da ist, ist ja auch, äh, sehr umworben, der, der Chef Trainer von Brighton, ist ja auch bei uns sowieso die Connection, so ein bisschen auch Brighton-artiger Fußball und sowas bei uns, äh, also die Connection zu Brighton ist definitiv da, ähm, und auch da, Zitat davon, oder Aussage davon, von Hoeneß auf der Pressekonferenz, zu Undaf, ich muss Fabian fragen, also Wohlgemut, aber ich glaube, es ist alles relativ klar, von meiner Seite gibt es keine zwei Meinungen dazu, er ist ein absoluter Top-Spieler, ich habe einen guten Draht zu ihm, die Fragen bis an anderer Stelle beantwortet werden, hat es damit so ein bisschen nochmal runtergekühlt, und auch da generell, weil eben, wenn halt so ein Fabrizio Romano-Tweet kommt, und der Brighton-Trainer sagt, ey, und da kommt nicht Saison, kommt, kommt im Sommer zurück von seiner Laie, dann heißt es für viele, das Ding ist durch, und scheiße, wir können ihn doch nicht kaufen, sehe ich zu 0,0% so, ähm, und, vor allem der Trainer von Brighton sagt ja auch gerade, faktisch, nichts Falsches, ne, er kommt ja im Sommer zurück, aktuell, weil eben die Kaufoption nicht gezogen wurde, ne, wenn wir die Kaufoption ziehen, kommt er nicht zurück im Sommer nach Brighton, aber der aktuelle Stand ist, Kaufoption nicht gezogen, das heißt, Planungen ist, dass er im Sommer zurückkehrt, vielmehr ist in dieser Aussage für mich nicht drin, ähm, Frage bleibt natürlich trotzdem weiterhin, können wir ihn uns leisten, ähm, er will ja bleiben, das kam ja schon recht klar raus, Frage bleibt, ob wir uns leisten können, das habe ich schon ein paar Mal besprochen, aber nochmal kurz, das ist ja klar, ich habe vorhin schon angesprochen, wenn Gerasi geht, dann ist das für mich eine ganz klare Geschichte, dass du ihn holen musst, äh, einfach als Ersatz, äh, oder auch generell, bei Thema Undaf ist für mich vor allem das Thema Ersatz auch immer interessant, wenn es jetzt heißt, ey, ja, 18, 20 Millionen, das Gesamtpaket, das ist doch ein bisschen viel, so sehr ich Undaf mag und sowas, was wollt ihr denn machen? Du hast hier gerade einen Undaf, mit, was sind es jetzt, 15, 16 Saisontouren stehen, noch ein paar Vorlagen, äh, der einen Marktwert von, ich glaube, 22 Millionen hat mittlerweile, der nochmal auf sich aufmerksam machen kann, im Sommer, der dir Tore garantiert, der ein geiler Typ ist, der hier Spaß hat, Fußball zu spielen, der der Mannschaft gut tut, und so Geschichten, also, in welcher Form willst du ihn ersetzen, für weniger Geld, ne, du kriegst nicht irgendeinen Stürmer, also, normalerweise, natürlich kann es sein, dass du irgendein Talent holst, für zwei Millionen übertrieben, gesagt, das ist mal ganz überspitzt formuliert, für den, für den Take, ähm, dass du irgendein Talent holst, für zwei Millionen, das super einschlägt, kann immer passieren, ne, aber rein vom Ding her, auf dem Markt, vermutlich internationales Level, von Dennis Undorf, Nationalmannschaft, in der Bundesliga, geile, geile Werte, geile Score, geile Tore, geile Vorlagen, und so weiter, und so fort, eine Wichtigkeit, und so weiter, das bekommst du ja auch auf dem Markt, wenn du ihn ersetzen möchtest, nicht unter diesen 18, 15, 20, wie auch immer Millionen, die du für Undorf zahlen musst, ne, dann hast du ja gleichermaßen, nur dass, wenn du sagst, jo, ich zahle den nicht, aber kauf mir jetzt zum Beispiel irgendeinen, von diesem, ne, Pavlides, Ioanides, die ganzen Griechen, die da so ein bisschen in Gerüchten waren, häufig bei uns, da heißt es ja auch jedes Mal, der kostet 10, der kostet 15, der kostet 18 Millionen, also, ne, so vom Ding her, du kriegst ja auch das Kaliber Undorf, ich glaube, das Wort habe ich ein bisschen gesucht, das Kaliber Undorf, kriegst du ja auch nicht ersetzt, für weniger als das, was du für einen Undorf zahlen müsstest im Sommer, deswegen, für mich, wie gesagt, ich werde, ich bleibe dabei, du musst einen Undorf holen, du solltest einen Undorf holen, auch gerade eben in Kombination mit Champions League Qualifikationen, möglicherweise, in dem Gerasi-Abgang, wobei ich auch da noch ein bisschen abwarte, da bin ich jetzt auch, sag mal, einer der Positiveren in Sachen, vielleicht bleibt er ja doch nochmal im Sommer, aber wenn er eben gehen sollte, auch dann sowieso, auch in Sachen Ersatz, du kriegst ja das Kaliber Undorf, wie gesagt, nicht für weniger, normalerweise, als das, was du für Undorf zahlst, und wenn du es eben nicht zahlst, dann ist halt so ein bisschen der Weg fast klar, im Sinne von, jo, die Kohle ist nicht da, auch mit Champions League nicht, auch mit steigenden, ja, sag mal, Ansprüchen oder steigender Saisonerwartungen, wie auch immer, Weiterentwicklung vom Verein, so rum, ähm, ist die Kohle trotzdem nicht da, und dann musst du halt irgendwen holen, der, ich sag mal, eher ein Versprechen ist, als das, wo du bei Undorf aktuell weißt, das ist kein Versprechen, sondern es ist eine Klarheit da, was der Mann uns liefert, und was eben, äh, was er liefert, was vielleicht auch nicht, ähm, heißt, wenn du Undorf nicht für 15 bis 18 holen kannst, mit irgendeinem Kaliber, in den Bereich 5 Millionen, 5,5 Millionen Stiller mäßig, holst du jetzt mal als Beispiel, so Undorf zu, äh, quasi Endo zu Stiller und Undorf zu sein, Ersatzbeispiel mäßig, ähm, dann ist das auch ein klares Zeichen, dass wir vielleicht für 15 doch noch nicht so ganz dastehen, und das vielleicht doch dann auch dadurch vielleicht ein bisschen, eine Form von, ja, Weiterentwicklung im Verein, trotz Champions League, ein bisschen abgekühlt wird, ne, weil wenn du eben so Kaliber wie ein Undorf, so ein, solche Leute vom Niveau Undorf, vom Niveau Führig, vom Niveau Girassier, dann vielleicht nicht noch halten kannst, obwohl du Champions League für dich hast, äh, dann, ja, kann man zumindest mal Erwartungshaltung mäßig, sowieso ja, ne, nächstes Mal musst du eh gucken, wie es da aussieht, aber ohne die Jungs ein bisschen runterschieben, im Vergleich zu mit den Jungs, das dürfte ganz klar sein, kurz gefasst, wieder viel zu lange drum herum gelabert, als ich eigentlich wollte, aber ist egal, ähm, für mich musst du das Kaliber Undorf holen, schlicht und ergreifend, weil du eben, ja, die Kohle auch für, für das Kaliber auf dem Markt so oder so ausgeben musst, jetzt hast du Undorf schon da, hast du ihn schon an der Angel, dann hol ihn bitte für Champions League Fußball und für die Weiterentwicklung von VfB Stuttgart und das wird der perfekte Übergang, Weiterentwicklung VfB Stuttgart, ein Jahr Sebastian Hoeneß, es hat sich jetzt gejährt, äh, am 3. April war das Ganze, er wurde angestellt, 2023, vor dem Pokalspiel in Nürnberg, wo ich auch war, geiles Ding gewesen, also, Spiel war nicht schön, ne, aber gewonnen dort, geile Stimmung, das meine ich damit, ähm, ein Jahr Hoeneß beim VfB, natürlich viele Statistiken, äh, zu ihm rauszuholen, äh, hier mal Shoutout an Elite Schwabe auf Twitter, äh, hab ich auch wieder, schaue ich immer wieder gerne an, die Tweets von ihm, ähm, die Threads dann eben auch in meisten, meisten Fällen mehrere Tweets aneinander gehangen, noch eher ein paar Statistiken und so Geschichten zusammengeschrieben zu Hoeneß, ähm, insgesamt 43 Spiele, 27 Siege, 7 Unschieden, 97 Tore, 2,05 Punkte Schnitt, natürlich haben wir jetzt die ganzen krassen Spiele im Kopf, ne, direkt am Anfang Nürnberg, da ist direkt, äh, das wilde 3 zu 2, das wichtige, überlebenswichtige in Bochum, 3-3 Dortmund war verrückt, halt, das Relegation und so Geschichten, jetzt die Saison ja sowieso, leben wir ja komplett drin, was ja, was ja gerade abgeht unter Hoeneß, ähm, ähm, Dortmund zweimal geschlagen in Hinrunde, die ganzen Geschichten da, ähm, ähm, der Mann begeistert, der Mann hat auch wirklich von Minute 1 an schon begeistert, schon einmal wieder, wie er sich gegeben hat, ne, wie er rüberkam auf der PK und so Geschichten, direkt genannt, drei Punkte, zack, wir kommen hier in Nürnberg weiter, wir holen einen Klassenerhalt, und danach ganz, ganz klare, schulungslose, schulungslose Analyse im Sommer und so weiter, der fußballerische Ansatz, der menschliche Ansatz, das ist alles brutal, erfolgreichster VfB-Trainer der Vereinsgeschichte, äh, äh, Punkte technisch gesehen auf die Spiele, die er eben gemacht hat, die 35, 36 sein, äh, äh, wird verantwortlich für, positiv gesehen, ähm, von Platz 18 auf Platz 3, von dem her, du kannst wirklich, du kannst diesen Mann nicht hoch genug loben, auch wir haben ihn, äh, ein paar Mal, äh, ein paar Mal, äh, ja, hochleben lassen, hier bei meinen VfB, mit Instagram-Posts, mit Artikeln, bei SDN, SDZ, mit einer Podcast-Stadt-Folge, mit, mit Fokus auf ihn, mit, mit Schwerpunkt auf ihn, äh, das auch gerne reinziehen, weil er Bock drauf hat, ähm, dann kommen wir zum letzten, oder quasi vorletzten Punkt, geht jetzt ein bisschen über, ineinander über, nämlich das Restprogramm, was wir noch haben, wenn wir da vergleichen nochmal, habe ich auch im Stream mit Toxi drüber gesprochen, hab dann auch im nächsten Video mit drin, klopfen ein paar Clips daraus, äh, Stream-Highlight-mäßig, hab dann im nächsten Video mit drin, beim Dortmund-Vorbericht, ähm, wir haben es Dortmund auswärts, Frankfurt zu Hause, auswärts, äh, Bremen auswärts, Leverkusen, Dortmund natürlich uns zu Hause, Gladbach auswärts, Leverkusen zu Hause, Leipzig auswärts, also auch sehr, sehr happig, und das verhältnismäßig leichtere, hat dann, äh, Leipzig noch, ne, die drei, die ja gerade hauptsächlich um die Plätze 3, 4, 5 spielen, Freiburg auswärts, Wolfsburg zu Hause, ähm, das muss dann Heidenheim sein auswärts, und den BVB im Heimspiel, also da muss man, glaub, auch schon ein bisschen drauf achten, ein bisschen drauf aufpassen, auch wenn es gerade sieben Punkte sind, dass eben Leipzig auch noch ein bisschen was, äh, beanstanden kann von da unten, plus eben Dortmund jetzt im nächsten Spiel natürlich, im direkten Duell natürlich, ähm, aktuell drei und vier Punkte von Dortmund, ähm, deswegen natürlich das auch von einer sehr hohen Wichtigkeit, ähm, aber auch das nochmal festzuhalten, nach menschlichem Ermessen ist sicher, dass wir auf jeden Fall europäisch spielen, ne, weil diese Abstände zu Europa League auf jeden Fall, sind ja auch schon komplett gestört, das kannst du fast nicht mehr verkacken, es geht nicht, Conference League auch schon ausgeschlossen, das heißt, es geht darum Euro League, oder du bleibst eben da, wo die gesamte Saison warst, nämlich auf Platz 3, Platz 4, ähm, auf Richtung Champions League, und da hab ich auch mal ganz simpel, schon mal einfach durchgerechnet, für mich im Kopf, mach ich auch mal gerne eine Tabellenrechnung, und so kennt man ja, Restprogramm und so, macht immer Spaß, aber jetzt natürlich auch, im Vorfeld auf so eine Saisonende, ähm, ich hab mal, ich hab jetzt mal einen Punkt in Dortmund gegeben, schon mal vorweggenommen, was ich dann, was ich tippen werde, ähm, Sieg gegen Frankfurt zu Hause, ne, ist halt Heimspiel, Punkt in Bremen, da sagen vielleicht manche, boah, da kannst du ja auch gewinnen, ist ja nicht so gut drauf, aber Bremen ist immer eklig, in Bremen Ausland ist immer eklig, dachte man auch schon bei Union und sowas, also es würde mich nicht wundern, wenn wir auch in Bremen gewinnen könnten, ne, so rumgedreht, aber auch mal für den Tipp und für eine realistische Einschätzung, wenn wir es schaffen würden, gerade in Leverkusen Revanche zu nehmen für einen Pokal, denen endlich diese erste Niederlage zuzufügen, aber auch da, wieder fürs Realistische, habe ich uns in Leverkusen eine Niederlage eingerechnet, weil die einfach so widerlich sind, da kann es sogar besser sein, eigentlich vielleicht sogar als die und die treffen trotzdem nochmal irgendwo kurz vor Schluss, aber auch da, wie in Dortmund, punkten, wäre da einfach geil vom Prinzip her, offensiver bin ich gegen die Bayern, da möchte ich den Heimsieg sehen, du hast die Chance, einmal in, was weiß ich wie viele Jahre, mal die Bayern zu Hause zu schlagen, für die Saison ja bis auf Champions League eh schon durch, vielleicht kann auch sogar dann die Saison quasi komplett durch sein, weil Champions League da auch schon, weil sie da auch schon raus sind zu dem Zeitpunkt, wenn wir gegen die spielen, in der Hinrunde war es, ja, das wahrscheinlich erniedrigendste Spiel der Saison, das enttäuschendste Spiel der Saison mit der 3-0-Pleite in München, komplett chancenlos, wo ich auch vor Ort war, deswegen, da kommt viel zusammen, ich will die Bayern zu Hause schlagen, wenn ich schon sage, ey, Leverkusen bitte nur Punkten, Dortmund bitte nur Punkten und so Geschichten, Punkt in Bremen ist auch in Ordnung, dann will ich einen Sieg gegen Bayern sehen zu Hause, der auch absolut drin ist, dann aussetzt in Augsburg, habe ich auch einen Sieg mal eingetragen, ist natürlich immer schwer in Augsburg, aber das ist möglich, das ist so, ja, auch vom Feeling her, da geht was in Augsburg, auch vom Support und sowas her wird da was gehen und der letzte Spieltag zu Hause gegen Gladbach, wollte nicht drüber rumreden, letzter Spieltag willst du immer gewinnen, wenn es ein Heimspiel ist, umso mehr und dann ist noch der dritte Punkt oben drauf, dass der Gladbach auch eine komische Saison spielt, irgendwie gerade ein komisches Bild abgibt, zu Hause, letzter Spieltag, da ist was zu feiern, natürlich darfst du natürlich Neusud lang ruhig bleiben, Thema Heidenheim-Spiel, ruhig bleiben, sachlich bleiben, aber da hast du auf jeden Fall was zu feiern und es wird auf den Zaun kommen, weil wir spielst ja mindestens Euroleague, von dem ja auch da Sieg gegen Gladbach und damit komme ich mal am Ende des Tages irgendwo auf 12 bis 14 Punkten raus bis Saisonende, was dann ja eben, wenn wir den Mittelwert nehmen, circa 30 Punkte, äh, circa 70 Punkte sind, 13 oben drauf, so rum auf die 57, die wir aktuell haben, 70 Punkte, also, klar, kommt drauf an, was der Rest macht, aber 70 Punkte müssen für die Champions League reichen, das hat schon teilweise für die Meisterschaft gereicht, oder für Meisterschaft 10 gereicht, 70, 71, 73 Punkte, von dem her, wenn, wenn das so kommt, wie es hier tippe, und ich glaube, es ist auch gar nicht mal so, ich sag mal, klar, Bayernsieg und so euphorisch gerechnet, aber ich habe uns ja auch schon hier mal eine Pleite, da mal nur einen Punkt und sowas zugerechnet, von dem her, ähm, auch, glaube ich, recht realistisch runtergebrochen, das Ganze, und ich meine, selbst 68 Punkte sollten, oder 67 Punkte sollten für die Champions League reichen, so ist ja nicht, so gucken, was der Rest so macht, ähm, aber das mal zum Thema, äh, Restprogramm noch, ähm, und, äh, auch da nochmal, ne, Thema Topspiele, was ja auch ein Thema gewesen beim Restprogramm, da hast du Übergang, ähm, dass das Bayern-Spiel ein 15-30-Spiel ist, ähm, aber das war der Fall, weil die Bayern schon acht Stück, äh, bekommen haben, du hast, kriegst acht Sky-Topspiele der Woche am Samstagabend, die hatten die Bayern schon voll, wir werden die Saison beenden mit sieben Stück, also auch schon natürlich logischerweise eines der Top-Teams, Bayern acht, Dortmund acht, Leipzig sieben, Stuttgart sieben, kommt genau dahin, wer auch in der Top vier ist, danach schon Köln mit sechs Stück, also auch da wieder, ne, ist halt ein attraktiver Verein trotzdem noch, obwohl es, äh, äh, ja, ganz, ganz unten ist im Abschiedskampf, ähm, aber da ist eben auch die News, die ist das Interessante, dass die, äh, Grenzügelung angehoben wird, nächste Saison, von acht auf zehn, das heißt, nächste Saison kann jeder Verein maximal zehnmal, statt maximal achtmal, äh, den Samstag 18.30 Anpfiff bekommen, was auch uns wahrscheinlich, zumindest mal für den Saisonbeginn, natürlich je nachdem, wie es dann läuft in der Saison, aber für den Saisonbeginn mal mindestens, ähm, auch oft blühen dürfte wahrscheinlich, weil du bist halt ein Top-Team, ne, du gehst in die Saison rein, äh, als amtierender Dritter, Vierter, Fünfter, wie auch immer, ähm, dann wirst du wahrscheinlich auch da ein paar Spiele abbekommen, wenn sich wieder einige darüber aufregen dürfen wahrscheinlich, dass vielleicht Samstag 15.30 ein bisschen häufiger zur Seltenheit wird, aber dafür muss man jetzt sagen, die letzten Jahre, auch die Saison kann man nicht meckern, was die Einsetzungen angeht, sind wir, glaube ich, kein Verein, der meckern darf, vielleicht wird es andere sehr oft Samstag 15.30, deswegen bin ich da jetzt keiner, der da ganz, ganz vorne steht, in der, in der Meckerei, aber auch hier wieder, wieder auch da ein ungewollter, aber geiler Übergang, bin ich wieder happy mit, ähm, wo ich mich aber aktiv, wo ich ganz vorne dabei bin, bei aufregen, ist der letzte Punkt, und der passt ein bisschen ins Restprogramm, äh, Thema Ticketing, so Geschichten, ähm, Leverkusen, dort bin ich schon leer ausgegangen für den Samstag, Leverkusen auch, seit auch ein kleiner Block in Leverkusen, ähm, dort bin ich ein bisschen größer, aber trotzdem leer ausgegangen, ähm, von dem her, das, das ist in Ordnung, passiert halt, so, du kannst nicht immer Tickets bekommen, ähm, ähm, aber was heute war, was heute am Freitag war, war Augsburg, du hast ja einen offiziellen Verkauf vom VfB, ich meine, es ist das 16.4. für den Auswärtsblock, auch das wird wieder brutal hart, in dem werde ich auch reingehen, ne, wieder maximal zwei Stück pro Mitgliederaccount, zwei, zwei Tickets maximal, das ist ja wieder ähnlich wie Leverkusen, da brauchst du ja gefühlt eine Warteschlangen-Nummer unter 1000, unter 500 gefühlt, weil es ist ja auch so ein kleiner Block, ne, irgendwie 3000, was es da reinpasst in Augsburg, davon ist gefühlt wahrscheinlich mehr als die Hälfte schon weg, mit, äh, hier, Auswärtsdauerkarten, Ultras, Fanclubs, dies, das, das heißt, da muss auch wieder, ja, keine Ahnung, alle Feiertage auf einen Tag fallen, um da an Karten zu kommen für den Auswärtsblock in Augsburg, aber wir hoffen mal weiterhin darauf, letzte Jahre war ich auch immer in Augsburg, also Dauergast in Augsburg, weil es ja auch immer verhältnismäßig leichter war, an Karten zu kommen, ne, so wie beim Thema Erfolgsfans und so, und quasi das, ja, die Nebenwirkungen von Erfolg, aber worauf ich hinaus will, Augsburg hat ja einen Mittelverkauf gemacht gehabt, ist ja auch in Ordnung, ähm, und haben danach gesagt, jo, wahrscheinlich auch da schon von Beginn an, so ein bisschen als, als Gegenwirkung zu zum Beispiel Hoffenheim, die sich von uns ja komplett haben einnehmen lassen, ähm, dass es keinen freien Verkauf geben wird, sondern einen Verkauf für Augsburg, äh, Mitglieder, also Accounts, also keine Mitgliedschaften, äh, so Vereinsmitgliedschaften, sondern einfach einen Account auf der Ticket-Webseite, einen haben, der besteht, und auf dem auch schon mal was gekauft wurde, also schon mal ein Ticket gekauft wurde, so stand es, glaube ich, im Wortlaut drin, ähm, und das hatte ich, ich hatte einen Kollegen, der letztes Jahr über Augsburg, äh, eben eine Karte gekauft hat, fürs VfB-Spiel, geht da also rein, mit der Kommt 12, ähm, hast da schon gemerkt, boah, echt wenige Karten noch übrig, also wirklich nur so ein kleiner Fetzen an Restkarten, ähm, immer wieder so welche, wieder, wieder welche aufgeploppt, weil wahrscheinlich vielen eben auch das passiert ist, was mir passiert ist, und was vielen anderen passiert ist, werden viele VfB-Fans drin gewesen sein, wahrscheinlich haben sich auch manche VfB-Fans schon irgendwann vor Ewigkeiten einen Mitgliedschaftsaccount gemacht, schon mal zur Sicherheit, um da schon an Karten zu kommen, kann auch alles sein, ähm, weil diese Blöcke rund um den Aussatzblock waren, schon ziemlich gut weg, und ich wüsste nicht, warum da jetzt Augsburg, äh, sag ich mal explizit, Augsburg-Fans da Karten kaufen sollten, aber wir müssen mal abwarten dann, wie es aussieht dann im Freitagabendspiel, aber worauf ich hinaus will, wie gesagt, du hast, äh, Bestandskonto mit, äh, gekauften Tickets drauf, dachte ich, das habe ich, wie gesagt, Bestandskonto plus letztes Jahr ein Ticket gekauft, ähm, da stand auch nichts dran, von wegen nur diese Saison muss ein Ticket gekauft worden sein, sondern einfach generell Bestandskunde, geh rein, Tickets und so immer wieder rein, generell irgendwie Shop ein bisschen hin und her gehangen, ne, mal Tickets rein, dann aufkaufen, dann bist du irgendwie in die Warteschlange, also alles ein bisschen kaputt, aber immer wieder sind Karten aufgeploppt, da bin ich stehen geblieben, ähm, weil wahrscheinlich allen das passiert ist, was mir passiert ist, denn Augsburg hat da wirklich komplett aktiv gegen alles gearbeitet, was irgendwie eine VfB, in Anführungszeichen, Invasion, Übernahme oder Kartenkauf generell, äh, sein könnte, ne, weil, so kam es am Ende auch raus, auch auf Twitter ein paar, paar Posts gesehen dazu, wo Leute nachgefragt haben, angerufen haben und sowas, und da wurde das auch bestätigt, ähm, mein Account hat so gar nicht gezählt, oder der Account vom Kollegen, ne, aber in dem, in dem Fall dann an der Account, mit dem ich reingegangen bin, ne, so, ähm, hat nicht mehr gezählt, weil was sie gemacht haben wohl, äh, ist zu sagen, jo, Bestand ist in Ordnung, aber wir hauen schon mal kategorisch die Accounts raus, äh, aus diesem, aus der Möglichkeit der Karten zu kaufen, ähm, die nur ein VfB-Ticket jemals gekauft haben, oder halt letzte Saison gekauft haben, heißt, mein Account ist raus, auch mal geschaut, ne, in diesen Bestellungen, Daten und so Geschichten, wo man es ja sieht, normalerweise beim VfB, kannst du ja auch Rechnungen und sowas nochmal rausholen, von deinen Bestellungen, das Ding war leer, ne, obwohl letztes Jahr eine Karte gekauft wurde, das Ding war leer, also das ist schon Vogelwild, ähm, und auch weitergehend, haben ja auch, manche auch schon gemacht, ne, zu sagen, jo, ich will Bestandskunde sein, ich kaufe mal random für irgendein Spiel vor ein paar Wochen, halt mal irgendwo eine Karte, ne, damit du dir eine Karte gekauft hast, ähm, und dann eben in den Verkauf gehen kannst, das VfB, wenn du also auch da viele unnötig Geld auszugeben, einfach nur eine Karte gekauft, nicht wahrgenommen und fertig ist, aber auch das haben sie wohl bedacht, diese, ich sag mal, äh, Scheinkarten, diese Scheineinkäufe, ähm, haben sie auch rausradiert, und auch noch weiterführend hieß dann irgendwann, dass man wirklich aktiv mehrere Tickets kaufen musste, so stand es halt in der, so stand es halt im Original nicht drin, stand halt drin, Bestandskunde und schon mal Ticket gekauft, ähm, und dann, ja, kam am Ende raus, nö, ihr könnt euch alle, ne, gehen, ähm, VfB-Fans, die irgendwie nur VfB-Karten gekauft haben, irgendwelche, die sich jetzt so vor kurzem ein Ticket gekauft haben und so Geschichten, könnt ihr alle vergessen, das wird nichts, ihr dürft ihr keine Karten kaufen, ihr habt ein paar mal geile Karten am Start, wäre gern wieder mit ein paar Leuten hin, ähm, mit mehreren Leuten hin, ne, also mehr halt als über ein VfB drin ist, weil wieder, ne, zwei Stück pro Mitgliedsaccount, das ist halt nicht möglich, wie jetzt zum Beispiel in so einem Verkauf wieder zu viert hin zu gehen, oder wie in Hoffenheim zu fünft, sechst, ähm, sehr, sehr schade, da haben sie wirklich alle, alles rausgeholt, wirklich den, komplett den Vogel abgeschossen, so muss man es ja ganz einfach sagen, also Vogel will die Nummer, vor allem gesagt, ich hatte auch schon überlegt mit dem Kollegen, machst du dir einen Mitgliederaccount für Augsburg vielleicht noch, ähm, um dann eben schon ganz früh an Karten zu kommen, aber wenn ich das hier schon höre und das hier schon lese, dann kannst du ja auch garantieren, dass irgendwelche Mitgliedsaccounts, die bei Augsburg erstellt wurden vor ein, zwei, drei Wochen, wahrscheinlich dann auch nicht gezählt hätten, ne, hätten wir ja auch darauf geachtet, aber das ist, das ist schon sehr, sehr bodenlos, das ist verständlich aus Augsburgers Sicht, ne, ist in Ordnung, dass wir die, die, die Geschüsse, die Geschütze hochfahren, aber so als Außenstehender Sicht, eben auch als genervter Fan, weil ich hätte da gerne schon Karten geholt, ne, so ist es nicht, merkt man auch, glaube ich, ein bisschen raus, dass ich durchaus genervt davon bin, ist das schon hart, da habe ich Vogel komplett abgeschossen und das eben auch für so einen kleinen, geschissenen Restbestand, weißt, das ist ja nicht so ein freier Verkauf wie bei Hoffenheim, wo du wirklich das komplette Stadion noch kaufen kannst, es waren so ein paar einzelne Plätze oder teilweise auch ein paar zusammenhängende Plätze, aber halt insgesamt weniger einzelne Plätze im kompletten Stadion, ne, auch in Augsburg-Blöcken gab es auch einzelne Plätze und selbst dafür machst du dann so ein Geschiss und blockst dann irgendwelche, blockst dann irgendwelche, ja, Kundenkonten und sowas ab, das ist schon sehr, sehr wild, noch die Frage ist da so ein bisschen, sind auch die anderen Augsburg-Fans gearrscht, die diese Saison halt jetzt beispielsweise nur Einspiegel gekauft haben, gilt das, ja, bist du dann auch als Augsburg-Fan kein Bestandkunde, radieren die alle aus oder haben sie irgendwie das explizit nur von VfB hinbekommen, also, vorgewählt, ne, also wirklich zusammengefasst, vorgewählte Nummer da gegen Augsburg, ich hoffe sehr, dass das nochmal klappt, über den Augsburg-Verkauf, weil Augsburg gesagt, Stammkunde fahre ich jedes Jahr hin, immer vom Ding her, von der Anreise und so, eine nette Auswärtsfahrt, ergebnismäßig teilweise schwierig, 6-0 und sowas, letztes Jahr war es ein 1-1, deswegen würde mich sehr freuen, wenn ich da an Karten komme, bleibt dann abzuwarten, für den 16. Viert mich richtig im Kopf habe, gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so miterlebt habt, heute am Freitag, das war schon leicht angepisst von dem Quatsch da, was der Verein, der sich für den Müll erlaubt hat, aber ist in Ordnung, ist deren Recht, können sie machen, wie sie wollen und dann bin ich schon direkt im selben Groove drin, weil es sind am Ende vom Video, auch am Ende von den VfB News und im Heidenheim-Spiel natürlich auch, gerne wie immer, zu allem eure Meinung und so weiter und so fort, in die Kommentare, ganz klar Geschichte, wie immer auch, die ganzen Links und sowas sind im Summellink, in der Videobeschreibung, auch das ist ganz, ganz klar, nächstes Video, wie gesagt, geht weiter mit dem Dortmund-Vorbericht, rein in den Dortmund-Vorbericht, mit Clips oder Highlights, wie auch immer, Szenen aus dem Livestream mit Toxi, also dann aber quasi ein Gast-Talk plus Vorbericht für Dortmund am morgigen Tag und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer auch gerne hier natürlich kostenlos Like und Abonnenten lassen, ganz klare Geschichte und bis zum nächsten Mal.